Intubationsnarkose. Was ist eine Intubationsnarkose? Unter Intubationsnarkose versteht man eine Vollnarkose beim Zahnarzt, die besonders bei größeren, komplizierten Eingriffen Sinn macht. Dafür wird ein Beatmungsschlauch über den Kellkopf des Patienten in dessen Lüftröhre eingeführt. Über diesen Tubus erfolgt dann die Beatmung während der Behandlung. Der damit verbundene Narkoseapparat pumpt gleichmäßig Narkosegase und Sauerstoff in die Lungen des Patienten. Das Bewusstsein und jegliches Schmerzempfinden des Patienten werden dabei ausgeschaltet.